Liebe Hörer von Radio Horeb, mein Name ist Maria Falaster, ich leite die Online-Redaktion hier in Balderschwang und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest. Vielleicht ging es Ihnen wie mir, dass Sie auch nicht wie gewohnt feiern konnten dieses Jahr, vielleicht ganz im kleinen Kreis und ganz intim. Deshalb hoffe ich wirklich, dass dies Ihrer Freude keinen Abbruch tut. Der Retter ist geboren. Lassen Sie uns einfach das ganz freudig begehen dieses Fest. Freuen wir uns, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um uns zu erlösen, um uns zu retten. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Alles Liebe, Ihre Maria Falaster.